herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch welcome to miami von miami jacin alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung welcome to miami von miami jacin das ganze im januar 2020 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das zweite album von miami jacin das ganze über kmng erschienen wir haben hier ein reguläres tool case auf dem cover sehen wir hier den künstler der uns hier seinen schmuck in diesem fall seine uhr und auch seine halskette präsentiert darunter welcome to miami und hier dann auch noch mal beschriftet ansonsten alles in seiner pool optik also hier so das wasser im hintergrund seitlich beschriftet und auf der rückseite haben wir die tracklist 13 tracks an der zahl features mit dabei von az capital bra nash nash und sphera e basta die produzenten und dann haben hier noch weitere infos dann schauen wir mal rein also rein vom artwerk und den fotos und dem stil erinnert mich das ganze ein bisschen so an scarface also speziell eben hier so kleidungstechnisch wie sich der künstler hier zeigt ja tatsächlich keinerlei infos im booklet sondern ausschliessliche bilder dann packen wir das booklet wieder zurück und kommen zu album cd die kommt hier in weiß ganz schlicht dahinter gibt es wieder diese pool optik und das dann eben die cd ja das war es soweit mich natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr mayamia sind und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt euch auf ciao